Der Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salidenhof und der Ratsapotheke im Heda-Center, der Firma MIG, der Volksbank Brinum-Büren-Salzkotten, von K.D. Fliesentechnik, dem Schuhhaus Seanschuk und Niggemeier. Treffpunkt Küche. Drei Tage lang hat Ganzsalzkotten gerätselt. Wo findet das Dinner in Weiß 2019 statt? Die vier Protagonisten von Salzkotten Marketing haben uns jeden Tag einen Hinweis gegeben. Heute verraten sie uns gemeinsam die Lösung. Das diesjährige Dinner in Weiß findet statt im Lavendelfeld der Erlebnisgärtnerei von Andreas Beine. Wir sehen uns morgen. Tschüss! Also dann, wir sehen uns morgen ab 18.30 Uhr im Lavendelfeld der Erlebnisgärtnerei Beine auf der EWAT 8 in Salzkotten. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innoji, Rewe und der Kaffeerösterei Bandslips.